Jetzt rennt man, passt schon, geht, lasst liegen. Brauchst du nur noch zum Lauf, also halt wenn ich weiter geh. Okay gehabt, haben den Oberschenkel durchtrennt und einen Keil rausgenommen, dass sich die Winkelung verändert. Toll, ganz toll. Hesse, geh mal spielen. Du bist ein Pfeife. Zeit ist für ein Pfeife. Das war ursprünglich ganz so ein Schweizer Schäferhund und die haben sie halt vor 100 Jahren.